Wir filmen da als Familie Rossi. Das Flugzeug geht unter. Mal sehen, was passiert. Kinder, ist alles in Ordnung bei euch? Ja, also bei mir ist alles gut. Und bei dir, Lena? Bei mir auch. Und bei dir, Emma? Ja, alles gut hier mit Papa. Boah, wie viele Knöpfe sind denn am Kommando? Was soll das eigentlich alles heißen? Ich verstehe das gar nicht. Mann, wie schön. Ich kann nicht aufhören, hier nach Plenburg, New York zu gucken. Ich suche schon die ganze Zeit die Freiheitsstatue. Eigentlich sehe ich sie zwar nicht, aber trotzdem cool. Ja, ich gucke auch gerade. Play New York, Play New York, endlich sind wir gleich da. Die Freiheitsstatue, andere Sachen. Ich freue mich schon. Playmobil, Playmobil, wir sind gleich in Play New York. Playmobil, Playmobil, wir sind gleich in Play New York. Wie lange müssen wir denn noch fliegen? Noch ein bisschen. Am Kommando sieht gerade etwas nicht so gut aus. Was denn? Keine Ahnung. Es scheint sich irgendwie etwas kaputt zu gehen lassen können. Oh Mist, das müssen wir sofort nachgucken. Was? Was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier los? Was ist los? Ich bekomme schon langsam Angst. Wir landen gleich. 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 Was ist denn mit dem Flugzeug los? Keine Ahnung. Im Fliegen macht man das doch gar nicht. Wir landen gleich. 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 Das war echt ja ein Albtraum. Alles gut da hinten? Ja, eigentlich ist alles gut bei uns. Nur wir sind echt unterschockt. Ach, was war das denn? Puh. Ja, Mats. Ja, Schatz. Du hast recht. Emma, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Boah, Lena. Wo ist Julian? Also, ich bin sitzen geblieben. Das war ganz ehrlich gesagt echt cool. Können wir das nochmal erleben? Wenn euch dieser kleine Abschluss gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach hoch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss. Und ich hoffe, dass die Anderen meiner Familie jetzt gleich kommen werden. Weil ich meine... Mh... Mmh.